Ich habe mir hier ein paar schöne neue Handschuhe besorgt, für den Herbst und für den Winter. Es sind Lederhandschuhe, die ich auch zum Fahrradfahren bei schlechtem Wetter und bei kaltem Wetter verwenden möchte. Ich möchte euch diese Handschuhe zeigen, weil die wirklich schön aussehen und hier so einen kuscheligen Rand haben. Wir können sie durch die Plastiktöte schon ein bisschen erkennen. Wir werden mal die Packung aufmachen. Die Packung hat hier so einen Zipper. Können wir es aufmachen? Wollen wir mal die Handschuhe hier raus. Die sind nämlich von innen gefüttert. Ich hatte schon mal Lederhandschuhe, aber die waren von innen nicht so schön kuschelig gefüttert. Das sind die Handschuhe. Ich mag Lederhandschuhe bei schlechtem Wetter, Herbst und Winter. Die sind für mich bequemer und beim Fahrradfahren ist es auch viel bequemer, wenn die Handschuhe nicht so dick gefüttert sind, sondern so schön dünn. Gefällt mir das viel besser. Hier ist noch so ein Plastikband. Also ich habe die Handschuhe hier in Größe L. Die passen auch. Das werden wir jetzt sehen, wenn ich sie anprobiere, ob sie gut passen. Die sehen super aus. Hier seht ihr auch das Futter von innen. Das ist schön weich und schön sanft und schön kuschelig. Ziehen mal eine Seite an. Erstmal. Die passen wirklich sehr genau. Ich finde es schön, wenn die nicht so viel Luft haben, nicht so viel Spiel ist in den Handschuhen, sondern wenn die schön fest sitzen, dann ist das auch leichter beim Fahrradfahren, wenn man die Bremshebel betätigt, wenn man etwas aufheben oder greifen will. Wirklich schöne Handschuhe. An dem Gurt hier, an diesem Riemen kann man auch noch die Größe verstellen. Hier hat man so zwei Druckknöpfe. Ich muss sie natürlich bis ganz außen einstellen. Mir gefallen sie auch sehr gut. Ich werde mal einen Link unter die Videobeschreibung setzen. Da könnt ihr sie euch im Internet auch anschauen, falls ihr euch dafür interessiert. Die sind wirklich sehr weich innen drin. Sehr schön kuschelig, warm. Und sie sind natürlich auch regenfest jetzt bei dem Wetter oder bei anderen Jahreszeiten im Jahr, wo es feucht ist, wie regnet oder kalt ist. Sind die wirklich super. Ich freue mich, dass ich die habe. Ich habe einige Zeit gesucht nach guten Gliederhandschuhen, die auch nicht so extrem teuer sind. Die hier sind auch nicht so teuer. Die kosten nicht so viel. Schaut mir euch einfach mal meinen Produktlink an. Meine ganzen Produktlinks über diese Handschuhe bei den Online-Shops. Dies ist ein kurzes ESMA, damit ihr euch mal kurz abschalten könnt und ein bisschen entspannen könnt. Deshalb habe ich aus dieser Unboxing auch ein ESMA jetzt gemacht durch die Softsburg-Stimme. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ruhig mal einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Bis dann. Ciao